Hey Leute, was geht da? Peace wieder eure Sorikwantuan und wir spielen eine Runde Plants vs. Zombies. Wo sind wir wieder? Wir sind immer noch auf dem Dach, haben ein Katapult-Zombie jetzt als Gegner, der wahrscheinlich zurückschießen tut, das würde ja nicht so heißen. Wir haben eine, naja, Garlik, keine Ahnung, sieht auch für mich wie eine Zwiebel, aber ich bin mal gespannt. Ich nehme die hier mit, so wie die ich auf vier Stück brauche, diese standardmäßig immer. Dann nehmen wir noch, da wir keine Jumper diesmal haben oder etwas, nehmen wir die hier mit, wir nehmen die hier mit, aber auch nichts anderes Starkes. Deswegen nehmen wir die hier, so wie die hier. Ich hoffe, es wirkt, wie ich denke, ich kann es echt nicht sagen. Da ich das, wie gesagt... Was denn das? Na ja, never mind. Okay. Was doch auch ist, es sieht merkwürdig aus. Cool. Das gilt also den ersten Zombie auf gut Deutsch. Hm. Merkwürdig. Naja, aber was soll man großartig sagen? Ich bin auf dem Dach und verteidige mein Haus mit Pflanzen. Gegen Zombies. Mein Argument ist also nicht gültig. Da oben. Da sieht auch schon mal gut aus. Ha. Na ja, was gibt es eigentlich zu berichten wie da, Leute? Ich bin... Hab wie immer viel zu tun. Werde aber mein Bestes geben für euch, das wisst ihr. Und ihr wisst auch, nur durch euch kann ich besser werden und will ich besser werden. Ihr macht mich einfach raus. Okay, was macht er jetzt? Was passiert jetzt? Ach so? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Dann hierhin? Dann hierhin? Hm. Cool. Ist ja cool. Der hält mich mal gespannt. Der hält mich mal gespannt. Das ist böse. Das ist cool. Das ist richtig cool, wenn man überlegt. Dann hierhin. Ich habe das jetzt nicht erwartet, dass es so cool ist. teile ist also ich bin echt positiv überrascht es ist so great for the protein, whatever we have to eat butter Zack. Okay. Der... Der befrifft mich echt, ey. Okay. Und der hat sie echt kaputt bekommen, ich werde nicht mehr. Aber... Alter, wie soll ich den kaputt machen denn bitte? Gehst du... Äh, endlich. Okay, das ist ja unerwartet, dass das so schlimm ist. Hm. Ich brauche mehr Pflanzen. Meine Pflanzen! Attacked! Vertatigt eure Meister! Aber die verschwinden auch nicht, das ist doch cool. Mit der Kuhle drinnen. Ob die vielleicht besser sind als die anderen? Ja, keine Ahnung. Hm. Kann ich echt nicht sagen. Ich weiß nur, da unten ist schon wieder einer. Ja. So. Jetzt nimm ihn. Gut. Schlecht. B hitch! Habt ihr den auf?! Werft die Butter! Die Butter ist stark genug! Nein... Du Bitch! Ah, komm schon, ey. Also jetzt wird's übertrieben. Ach, weh, du machst dich kaputt, ey. Also die Katapult ist ein Abfuck. Hier ist wirklich schlimm. Geht doch. Oh, fuck. Ich bin so froh, dass ich wieder hingebaut hab. Die kann man bestimmt gut mit dem Warn-Up kombinieren. Die haben die echt, die hat nicht kaputt gemacht, ey. Gut, auf den wird dann auch eingetroscht, bis ihm geht nicht mehr. Ach du Scheiße, was ist das jetzt? Das ist, das ist, das ist, cool. Oh, das ist praktisch. Oh, Gott. Ja, gut. Das hier, das hier, die hier. Wir nehmen die mit, die hat hier sehr gut erwiesen. El-Gianto nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, und wir nehmen die Sherry-Bomb mit. Das hier ist einfach nur das Protest. Wow, seht ihr, seht ihr? Was hab ich abgelegt jetzt? Weiß ich mir. Ne, was hab ich abgelegt? Ach, die Piranha. Na gut, kann man nicht machen. Kann man nix machen. Dam, 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 wo ist es, wo ist es, wo ist es, eins. Alter, die dauern aber auch länger. Da ist doch zwar mir direkt tot. Schon mal etwas Gutes. Der Klassiker. Da hin. Zack. Ich hab ne Geistrategie mir grad ausgedacht. Ey, was hab die klappt? Ausgezeichnet. Dann tun wir da hin. Der wirst du gebuttert. Da kommt noch da unten. Okay, die kommt da hin. Ich hab einfach nur ein bisschen vor erstmal. Ich muss viel bauen. Oh, verdammt. Ich hab den da oben vergessen. Oh, ich mach mir doch keine Gedanken drum. Oh, jetzt mach ich mir da hin rum. Das hab ich jetzt schon verkackt irgendwie ein bisschen. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Oh, fuck it. Na, komm schon, ey. Das gibt's doch nicht. Ach, ich glaub's nicht, ey. So ein Anfängerfehler. Da war die Versuch, ey. Ja, aber jetzt muss ich jetzt mal ein bisschen aufbauen wieder. Heul nicht. Ich hätt' ihn da ausgedacht, ey. Greift ihn an, mach ihn doch fertig. Ach, komm schon, ey. Das ist doch jetzt Blödsinn. Bullshit. We start level. Komm, ey. Das war doch jetzt echt bescheuert. Ach, so ein Scheißfehler, ey. Wo hab ich's? Ach, das fuck hat mich jetzt abgefuckt, aber richtig, ey. Halt. Nee, das ist einfach wirklich bescheuert, ey. Ich hätt' die nicht bauen sollen. Ach, Mann. Fuck mich jetzt abgefuckt, ey. Whatever. Bara, das hab mich jetzt abgefuckt, ey. Nee. Hm. Gut definiert, Alter. So, diesmal nicht. Whatever. Niemals aufgeben heißt das. Auch wenn ich ihn total verkackt habe, ey. Das ist ein bisschen übertrieben, ey. Nee, ey. Heul nicht. Oh, meinst du, was in die Zeit, ich dachte, ey. Ja. Tch. 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 So. Dein. Vier. Tch. 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 halt so stark halt du ich großer du schaffst das ich glaub an dich fuck ich habe vergessen es gibt so welche jetzt haben wir da noch ja Leute! Leute, das ist doch BOOM BABY BABY! Meine Defense steht. Geld. Oh, Alter. Werf die Butter. Oh, Alter. 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 Ich bin noch nicht in meiner letzten Wave, das fackt mich auch ein bisschen ab. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich bin noch übertreiben. Oh, Mann, die hat er. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Das macht die Pflanze verdammt gut. Das sind zwei. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Da fährt das Platte. Tja. Das war verdammt gut, die mitzunehmen. Tja! Zombies wie überall, ey. Das ist auch ein Blube. Und was machst du? Du? Gibst du Silver & Gold Coins? Aha. WTF! Ach du Scheiße, was erwartet mich denn jetzt, ey. Tja, Leute. Das war's auch wieder mit Plans vs. Zombies. Ich bin SorryGone2One und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Ciao!